hallo und herzlich willkommen zu einer frischen runde gatewalkers eine aufgabe liegt noch vor uns die konnten wir noch nicht ganz abschließen wir gehen aber selbstverständlich der spur noch weiterhin nach momentan bin ich aber ehrlich gesagt nur damit beschäftigt hier und die nahrung und wasserbedürfnisse zu stillen das gefällt mir ganz und gar nicht muss ich doch noch mal direkt am fleisch knuspern und noch mal den hobby koch spielen hier was kann ich denn noch alles herstellen da wäre noch zwei suppen möglich hier gibt es nichts mehr hier regeneriert ausdauer er damit da muss ich auch schon wieder das wasser nachfüllen also ganz im ernst wenn das hier die ganze zeit nur darauf hinausläuft dass man mehr zeit benötigt um sich um nahrung und die ganzen anderen bedürfnisse zu kümmern und die kämpfe so kurz kommen dann läuft das in die falsche richtung jungs kann natürlich sein dass ich mich jetzt hier auch komplett doof ansteller oder das ganze dann später im verlauf noch dazu kommt beziehungsweise ausgebessert wird aber so macht das keinen guten eindruck dann muss ich doch mal hier wieder eine stelle suchen wo ich die beutel füllen kann jawohl haben wir alles rein was möglich ist und dann geht es auch schon wieder weiter wo muss ich denn jetzt hin ach so zurück zur gilde das war es jetzt hier na da hätte ich das aber auch beim letzten mal schon noch schnell erledigen können na gut dann schauen wir uns jetzt hier halt noch ein bisschen um ich muss wirklich in dem bereich drin stehen bleiben moment hat das keine gesundheit regeneriert ja gibt es auch noch irgendwas was so einfach so gesundheit regeneriert wo muss ich mich dafür wirklich mit dem schlafsack hinlegen immer hätte ich beim ja hätte ich beim letzten mal auch benutzen können als wir da so im verpesteten vergastenwald standen aber ja das wäre viel zu einfach sich da mit gasmaske hinzustellen das ist das machen ja nur die also dies nicht aushalten na gut schauen wir uns noch ein bisschen in der gegend um ob wir nicht noch was mitnehmen können material auf jeden fall und dann schon wieder essen und trinken also echt man sieht es ja das kann doch so nicht richtig sein noch ein paar kräuter hier ja da nehme ich auch gern noch ein paar mit wasser waren wir voll gebt mir den anderen kram was schon wieder da ja moment das gefällt mir aber nicht hier für dich auch noch riesborn oder was ist ja los ja ich gebe dir doch schon ein bisschen was zu trinken jetzt mecker doch wieder nicht rum und da muss ich auch schon wieder irgendwas zwischen die kauleiste heften hier wo hier ein süppchen und dann füllt es nicht mal den kompletten bedarf wo liegt denn hier noch das problem jetzt auch so gesundheit gut dann stelle ich halt mal wieder den schlafsack auf ja genau einmal hinlegen bitte essen trinken schlafen und dann war es auch schon wieder nacht so kann man den tag auch umbringen hier zusammenfalten bitte brauche ich noch jetzt muss doch hier noch irgendwas liegen stimmt die nachtblumen hat mir sogar für die quest gebraucht die wir da bei nacht eingesammelt haben gar nicht gemerkt dann noch ein schöner pilz oh nö ihr kleine avenir ich nehme eure haut ich nehme euer fleisch und ich nehme eure ohren zu mehr seid ihr nicht zu gebrauchen die expedition dann in der in der in der in der giftigen welt mach doch mal die karte wieder an hier ich sehe doch gar nicht wo ich noch hinlaufen muss ja das war es an dieser stelle das nehmen wir aber auf jeden fall noch mit hier jene nein da gibt es das von mir ei 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 fackel fackel ja ich weiß ja ich weiß bin doch schon dabei nein na super jetzt kann ich hier nur was kann ich jetzt hier noch machen drauf hauen nur dann wird halt so ein bisschen drauf gekloppt jetzt einmal links einmal fußtritt hier zack ja muss auch mal so gehen dann nicht immer ist magie der weg zur lösung was haben wir hier jetzt noch eine tru ja wenigstens hat sie es gelohnt ich brauche lagerfeuer weg weg na super da kommt der nächste noch an das ist nicht gut gelaufen man hätte sich vorbereitet fackel ausgegangen nö wieso kann ich die jetzt nicht ausrüsten ähm wie challenge ja sorry aber wenn es um mein leben geht dann renne ich ja ich brauche jetzt ein lagerfeuer oder ich brauche das tageslicht zurück und dann dann muss da oben das also hoffentlich funktioniert das jetzt nochmal möchte ich schon noch gern haben die belohnung äh 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 nein im kampf kann ich also nicht wechseln wie das ja aussieht zumindest von fackel auf waffe doch warte 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 oh jetzt war ich einmal bereit jetzt bin ich startklar jetzt sind alle bedingungen auf meiner seite äh alle umstände so gebe ich dir hier nochmal nochmal ah verfehlt und dann haben wir sofort da hoch lagerfeuer aufgestellt da bastle ich mir nochmal eins genau vielen dank dafür so lagerfeuer da oben schön auf die brücke hin oder hinter die brücke so will ich das sehen genau vorbereitung ist alles ja 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 na das hätte besser laufen können ja kommt mal hier zusammen ein bisschen nein 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 lasst mich raus da ich muss weg 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 jetzt auch mit dir noch nein 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 hui knapp 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 aber geschafft da schlurfe ich doch direkt mein süppchen danach wieder und da macht sich auch schon wieder die hydration bemerkbar hinlegen muss ich mich auch wieder das muss doch irgendwie anders noch funktionieren das kann doch nicht der einzige weg sein um sich zu regenerieren übersehe ich irgendeine elementare sache die mir hier weiterhelfen könnte wäre schön zu wissen und darf ich da jetzt an die truhe nein 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 habe ich wenigstens was bekommen jetzt von euch sieht mir jetzt auf den ersten blick nicht so aus ja super weich weggerannt bin wieder mal ungünstig ja wenigstens fällt ihr gleich schön oben so gefällt es mir so kann es mit den anderen auch gehen gibt es hier oben dann in der ecke noch was oder war es das dann hier ist Schluss Ende im Gelände aber noch ein paar Pilze gibt es die stecke ich doch mal ein sieht das nur so aus dass ich da oben weiter laufen könnte scheinbar ja da gehe ich doch auch nochmal drüber hier noch ein bisschen wasser mitgenommen und da muss ich auch gleich schon wieder was essen also ich sag mal so könnte man anders regeln aber nur gut ist nur meine meinung ja jetzt häng ich hier jetzt fest oder was oder wie oder wer oder warum da muss es doch noch weiter gehen sieht doch so aus oh geht wieder die nacht los oh bären glaub davon hatte ich noch gar keiner da greife ich doch mal zu hier oben ist doch auch noch nicht Schluss und doch ein bisschen größer das gebiet wie ich hier dachte da gibt es auf jeden Fall was zu entdecken so ist das ja nicht wenn doch nur die ganzen anderen kleinen probleme nicht wären äh falsche richtung tja das war wohl nichts daneben gerannt so kann es passieren ich habe doch jetzt gerade ach muss ich los lass mich Lagerfeuer sofort das war zu spät ich glaube ich verschwinde ja gleich aus dieser welt das ist was was mir absolut nicht gefällt und da gibt es ne wasser ich dachte schon da wäre noch was anderes schönes zu mitnehmen und da muss ich mir auch gleich schon wieder was über dem Feuer putzeln hier na was gibt es denn heute hier noch einmal Pilzsuppe ähm dann hier auch noch einmal ein Süppchen davon hier gibt es noch einmal gebratenes Fleisch mal was festeres für die 10er na so können wir das machen ja und müssen auch gleich schon wieder dran knuspern obwohl wisst ihr was wir kehren jetzt zurück geben die Aufgabe ab und kehren dann in der nächsten Folge in die andere Welt zurück setzen die Gasmaske auf und dann sollte das ja besser funktionieren dann können wir auch die nächste Aufgabe noch abschließen und hier ja genau die Truhe hat nicht gezählt wie es aussieht also keine Belohnung für den guten Ishtar ich gebe mir Mühe ich versuche mich zu bessern da muss noch ein bisschen geübt werden hier mit den ganzen Fähigkeiten die da zur Verfügung stehen wobei es ja so viel noch gar nicht sind aber der ganze andere Kram noch nebenbei hier da füllt sich doch schnell das Inventar möchte ich mal meinen na komm mal her Elana was gibts heute? was gibst du mir? was sagst du mir? wo schickst du mich hin? was darf ich erledigen? ja werde ich tun werde ich tun na na hier das führt uns in die vergiftete Welt das hier unten auch und wo ist das jetzt? ne da muss ich nochmal überprüfen wo muss ich da jetzt wieder hin? äh ne da war ich doch grad schon echt jetzt? wieder zurück nochmal da hin? äh vorwärts lost without without clue lost without clue jawohl schau ich es mir schnell noch an? oder schau ich es mir nicht noch schnell an? komm wir springen nochmal schnell rein hier nochmal durch geschlüpft durchs gute Portal versuchen wir halt nochmal unser Glück rennen wir mal schnell durch bis zum angegebenen Punkt und werfen da nochmal einen Blick drauf ich hoffe mal nicht ganz so weit entfernt ach ja Karte wäre nicht schlecht da mal zu sehen wo es lang geht kann man auch nicht vorbeischleichen hier wird man immer konfrontiert ja langsam klappt es aber auch schon ein bisschen besser kommt mir zumindest so vor ein paar Steine ach ja warum nicht? oh hier im Busch versteckt ja da ist doch was im Busch das nehme ich aber mit Sicherheit mit und ich glaube wir müssten dann auch mal schauen beim nächsten Mal oder nachher je nachdem bei dem Fortschritt da müsste man doch auch langsam mal was Neues lernen können ja komm jetzt hier lass mich weiter aber ich habe keine Zeit ich habe keine Zeit es muss schnell gehen liegen lasse ich dich aber nicht du kommst schon mit ach ja nochmal auffüllen genau da greife ich nochmal zu und hier genau echt jetzt wirklich brauche ich da nicht gerade drin und jetzt wieder reingeschickt oh da ist noch was im Busch ja schön und da hinten auch noch was ja ich glaube das lohnt sich doch mal genauer hinzuschauen hier überall überall was verteilt überall was zu entdecken das ist ja schon mal ein Pluspunkt das ist was was mir gefällt aber hier sieht es dann schon wieder ganz anders aus komm haue ich mir nochmal eine Suppe rein und dann läuft das hier ein bisschen besser mit dem Schild so einmal schön durchgezogen bis dahinter und dann werdet ihr hier schön festgefröstet ah ui ne 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 das ist mir dann zu viel sorry ah da hätte jetzt so ein Blizzard schön durchgepasst nein kann ich noch nicht einsetzen ich muss weg das ist mir zu viel nein jetzt lock ich auch noch mehr an weg 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 nein schlecht oh da verliere ich das ganze Zeug weg ok ja das heißt schön dass es mir jetzt übrigens erstmal auffällt dass ich das ganze Zeug verliere wenn ich was einsammle muss ich das in die Truhe reinpacken die da in der Gilde steht alles klar jetzt habe ich es verstanden ja gut dann würde ich aber sagen werde ich mal so schön offscreen ein paar Sachen sammeln die da in die Truhe reinpacken dass man das ja nicht in den Folgen so erledigen muss da kann man dann immer schön von Quest zu Quest gehen und die Aufgaben abarbeiten würde ich sagen das ist dann die beste Option nur dann mal zurück zum nee ich wollte doch eigentlich zur Gilde naja komm wieder zurück da stehen wir sicher und da geht es dann oder von da geht es dann in der nächsten Folge weiter ich mache mich mal ein bisschen mit den Gegebenheiten vertraut versuche mal die Fertigkeiten ein bisschen zu steigern und dann werden wir sehen ob das hilft für heute soll es das aber wieder gewesen sein ich sage vielen Dank fürs Zuschauen hat es euch gefallen dann Like und Abo da gelassen und bis zum nächsten Mal macht's nicht gut macht's besser